Arbeiten Sie in einem Krankenhaus in der IT? Wollen Sie Ihre Karriere voranbringen, wissen aber nicht genau wie? Dann kann ich Ihnen helfen, denn dieses Video enthält dafür wichtige Informationen, die den meisten gar nicht bewusst sind. Ich bin Christian Joner, Professor an der Hochschule Konstanz und leiter des Instituts für IT im Gesundheitswesen. Als Mitbegründer und CTO eines internationalen Unternehmens habe ich Krankenhausinformationssysteme selbst entwickelt und diese für Dutzende Krankenhäuser im eigenen Rechenzentrum betrieben. Zudem unterstütze ich mit meinem Beratungsunternehmen Hersteller von klinischen Informationssystemen und von Medizinprodukten. Und das Wichtigste für Sie, seit fast zehn Jahren helfe ich Menschen, sich beruflich neu zu orientieren und ihren Traumjob zu finden. Die meisten davon sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern, vor allem aus der Krankenhaus-IT. Unsere Erfolgsquote liegt bei über 70%. Das heißt, über 70% meiner Absolventen schafft innerhalb eines Jahres den nächsten Karriere-Schritt. Findet also einen Job, der Ihnen mehr Spaß bereitet, indem Sie höhere Anerkennung finden und der zudem besser bezahlt wird. Warum ist das so? Erstens, weil wir Sie hochqualifizieren und eben nicht nur in der IT. Die IT-Kompetenz ist nur eine Voraussetzung, aber keine Garantie für einen gut bezahlten, anerkannten Job. Es liegt zweitens auch daran, dass sich die Absolventen durch das Studium ein einzigartiges Netzwerk aus Dozenten und Kommilitonen aus mittlerweile neun Masterstudiengängen aufbauen. Das sind die Netzwerke, über die man zum Beispiel erfährt, wo es neue Jobs gibt. Drittens, dadurch, dass ich selbst über diese Netzwerke verfüge, dadurch, dass ich durch meine Beratungsaufträge fast täglich mit Krankenhäusern und Herstellern zusammenarbeite und zudem dank meiner Professur auch im Bereich der Wissenschaft informiert bin, kenne ich den Markt und künftige Entwicklungen sehr gut. Davon profitieren wiederum die Absolventen, die sich perfekt auf diese Trends vorbereiten können. Und das klappt dann auch. Beispielsweise schreibt mir ein Absolvent, dass sich nicht nur die zeitliche und monetäre Investition gelohnt habe, sondern dass er beruflich weitergekommen sei und tief und nachhaltige Freundschaften entstanden seien. Ich freue mich riesig über solche Ergebnisse. Diese Ergebnisse sind keineswegs selbstverständlich. Eine Umfrage zeigte, dass die Angestellten in der Krankenhaus-IT signifikant unzufriedener sind als ihre Kollegen in der Industrie. Besonders groß ist diese Diskrepanz bei zwei Aspekten. Der Anerkennung bzw. Wertschätzung durch Kollegen und Vorgesetzten und bei den Karrierechancen. In der Umfrage konnte man angeben, ob diese Aspekte kein oder ein kleines, ein mittleres oder ein großes Problem seien. Und 40% der Krankenhaus-IT-Mitarbeiter sagten, dass Anerkennung bzw. Wertschätzung und die Karrierechancen ein großes Problem darstellen. Sind das nicht erschreckende Zahlen? Ahnen Sie, weshalb Anerkennung und Karriere im Krankenhaus so ein Problem darstellen? Es hat damit etwas zu tun, dass viele Führungskräfte in Krankenhäusern die IT-Mitarbeiter oft als Nerds sehen. Sie sprechen der IT zwar IT-Kompetenz zu, aber bei der Sozialkompetenz, beispielsweise der Fähigkeit zu moderieren und auf Anwender einzugehen, höre ich oft Kritik aus der Führungsebene. Besonders beklagt wird dann auch ein Mangel des Verständnisses der Geschäftsprozesse, wie der klinischen Abläufe. Ich möchte gar nicht darüber urteilen, ob die Ärzte und Geschäftsführer die IT richtig oder falsch einschätzen. Nur die Folgen dieser Einschätzung, die sind offensichtlich. Als Folge werden die IT-Mitarbeiter nicht oder nicht ausreichend in Entscheidungen eingebunden. Sie werden nicht wertgeschätzt, auch nicht monetär und haben schlechte Karriereaussichten. Es passiert also genau das, was die IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Umfrage schildern. Es nützt aber wenig, über die Geschäftsführung zu klagen. Die IT muss der Geschäftsführung den Nutzen bieten, den sie benötigt. Und das verlangt wiederum ein breites Wissen und umfassende Kompetenzen. Die Bereiche IT, Netzwerk und IT-Sicherheit müssen Sie als IT-Mitarbeiterin oder IT-Mitarbeiter genauso beherrschen, wie viele Aspekte der Medizintechnik oder Medizininformatik. Schließlich ist es dieses Fachwissen, das eine Voraussetzung darstellt, um Systeme interoperabel miteinander zu verbinden. Auch in Gesetzen, im Risikomanagement und bei Normen, beispielsweise der IEC 800001, müssen Sie sich auskennen. Als Führungskraft sollten Sie in der Lage sein, Teams zu führen, betriebswirtschaftliche Vorgaben zu verstehen und zu berücksichtigen und als Manager IT-Strategien, Prozesse und den Wandel zu definieren und umzusetzen. Meine Absolventen schaffen das. Das ist aber wenig überraschend, denn im Rahmen des berufsbegleitenden Masterstudiengangs IT im Gesundheitswesen erwerben Sie genau diese Kompetenzen. Ihnen wird das Studium, wie allen anderen Absolventen bis heute, Sicherheit bei der täglichen Arbeit verschaffen, beim Betrieb Ihrer IT-Systeme, beim Verhandeln mit Herstellern, Anwendern, mit Vorgesetzten und Ärzten. Sie werden aufgrund Ihrer Fachkunde deren geschätzter und anerkannter Partner. Sie schaffen schnell den nächsten Karriereschritt, nicht zuletzt dank der Netzwerke zu Dozenten und Kommilitonen, die Sie sich im Lauf des Studiums schaffen. Diese Netzwerke haben meine Absolventen oft in Kontakt mit dem nächsten Arbeitgeber gebracht. Und genau wie meinen Absolventen wird auch Ihnen der Masterabschluss Ihrer weiteren Karriere sehr hilfreich sein. Wie gesagt, über 70% der bisherigen Absolventen sind nur ein Jahr nach Studienende den nächsten Karriereschritt gegangen. Mit allen auch finanziell angenehmen Begleiterscheinungen. Aber nicht nur die Folgen dieses Studiums bringen Sie voran. Auch das Studium selbst ist attraktiv. Wir sind in einer der wahrscheinlich schönsten Städte Deutschlands, in Konstanz am Bodensee. Direkt hier, wo der rote Pfeil ist, also in unmittelbarer Nähe zu Rhein und Bodensee. Denn hier befindet sich unsere Heimat, die Villa Rheinburg, eine Jugendstilvilla. Stellen Sie sich vor, wie sich das anfühlen würde. Im Garten zu sitzen und Fallstudien zu lösen. In einer kleinen Gruppe von nur 16 Personen zu lernen, Freundschaften und Netzwerke aufzubauen. Bei unserer intensiven und persönlichen Betreuung bleibt niemand auf der Strecke. Dafür sorgen aber nicht nur ich, sondern auch unsere Dozenten. Allesamt führende Experten auf Ihrem Gebiet. Das sind nicht nur Profis aus der Praxis, sondern auch ausgewählte Pädagogen. Ich selbst habe mich sehr darüber gefreut, auf einer Plattform unter 14.000 Professoren zum Besten Deutschlands gewählt worden zu sein. Seien Sie also sicher, bei uns gibt es keine langweiligen Vorlesungen. Sie sehen, es steht also alles für Sie bereit, was Sie benötigen, um beruflich noch erfolgreicher zu werden. Ein Dozententeam, das Sie in dieser Güte und Kombination nirgends sonst finden. Einen Ort, der wie für das Lernen gemacht scheint. Menschen, explizit auch ich, die Sie durch Ihr Studium begleiten. Und ein Curriculum, das für Sie maßgeschneidert ist. Diese Kombination wird Sie zu Ihrem Ziel führen. Genau wie einen Absolventen, der immer schrieb, mit einem für seine schwierigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten bekannten Ausbildungsberuf ging ich in das Studium hinein. Mit einem grandiosen neuen Job vor der Perspektiven heraus. Was will man mehr? Alle Erwartungen und Versprechungen wurden gehalten oder übertroffen. Mein Tipp? Gehen Sie gleich den ersten Schritt in Richtung Ihrer neuen beruflichen Umlaufbahn. Fordern Sie einfach hier auf der Webseite die Informationsbroschüre an oder nehmen Sie direkt Kontakt mit mir auf. Meine Kontaktdaten sehen Sie hier. Gleich ob Sie die Broschüre bestellen, mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Ich freue mich von Ihnen zu hören. Also bis gleich, Ihr Christian Jona. Ich freue mich von Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020